Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Pedder210479 Schön, dass du wieder dabei bist Hier müssen wir die Grafikkarte ersetzen Ich weiß gar nicht, welche wir da reinbauen wollten Die Grafikkarte So, das sieht gut aus. Damit haben wir den auch schon fertig. So, wenn man dreimal die gleiche Grafik hatte. So, der wollte die 8 in der Arbeit haben, aber von einem anderen Hersteller. So, ich muss erst den Luft entfernen. Okay. So, dann. Oh Scheiße, der hat ja nur einen mitgeliefert. Tiefokus. Ah, da hab ich gar nicht dran gedacht. Das waren ja 2. Da sollten wir 2 quasi holen. So, dann können wir den eigentlich gerade wieder nehmen. So, Grafikkarte aufrüsten. Genau. Alles die gleichen. So, dann machen wir nochmal. Okay. Sag mal, bist du irgendwie nass in der Biene oder? Wasser. Warum willst du das denn machen? Okay. Dann testen wir das jetzt mal aus. Ich will jetzt nicht wissen wieso, weshalb, warum. So, dann testen wir das jetzt mal aus. So, dann testen wir das jetzt mal aus. So. Heute 2. Weihnachtswerter. Wir sind heute bei den Eltern von meiner Freunde. Und was macht ihr dann eigentlich so? Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. So. 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 sieht gut aus. So. 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 issimo. So. Dann. Jetzt starten wir! Das geht! Wunderbar. So. Schön! Dann denke ich mal, wenn wir hingehen und werden noch einmal den Scanner durchjagen. Dann werden wir jetzt die Sachen wieder runterschmeißen. So, dann können wir gleich mal kassieren. Zum Stern aber mehr nicht, schade. Ja, raus damit. So, Grafikkarte aufrüsten. Wunderbar. So, rüsten Sie meinen PC auf CPU aufrüsten. So, dann möchte ich wieder neue Teile haben. CPU AMD Risen 3, AMD Risen 3. Jetzt können wir doch eigentlich mal hier gucken. Warte mal. Jetzt können wir den Rechner mal starten. Ah, da müssen wir die Dienste drehen. Dienste neu. Muss man neu machen. Die RAM-Regel. So, ich muss kurz noch was gucken. Was ist denn? So, jetzt muss ich nochmal zum Shop gehen. So. Welche wollten wir haben von der Team Group. Genau. Drei genau. Okay. Level Aufstieg. Oh, gut. Teile. Oh, aus. So, CPU. Der hatte jetzt was für einer drin gehabt. Na. Risen 3 Quad 13X. Risen 3 Quad 13X. Risen 3 Quad 13X. Jetzt kann man nämlich hier wieder schön gucken. Ein Risen 3 Quad 13X. Wie die aufgerüstet haben. Die an I3. Da sind wir unten drunter. der hat ja auch hier das A320m. Ich kann mal gucken gerade nach Platinen. Sockel Arm 4 brauchen wir, also da haben wir ein Arm 4. Ich muss noch nach Arm 4 gucken, muss man schon auf den Arm lesen, das ist empfohlen. Das nehmen wir an. Hatte denn noch irgendwas geschehen? Ich habe jetzt ein AMD geholt. Ja, hast du ein Glück. So, echt mache ich es. Team Group A8. Das hat doch gar keine. Ich finde keine. Okay. Also der will jetzt. Team Group. Team Group. Ah, warte mal, da haben wir los. Team Group. So, dann haben wir jetzt hier. Das ist der, den ich schon habe. Das sehen wir schon haben. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt haben wir auch die letzten noch... So, dann haben wir das jetzt bestellt. Okay, dann würde ich sagen, verlassen die heiligen Hallen, machen sie so beim Mittag und gehen mal zur Arbeit. Jetzt habe ich natürlich vergessen, hier Licht und heiß auszumachen, na gut. Das müsste der erste gewesen sein, der jetzt unvollständig ist. Das war er nicht. Dann tun wir den jetzt als erstes aufrüsten. Das machen wir noch schnell. Dann werden wir die Folge auf jeden Fall beenden, weil wir sind ja schon wieder gut dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr das Liken nicht vergessen. Schreibt mir einen netten Kommentar. Und... Und... Wie ich hab's. Dann müssen wir erstmal hier ausmachen. Stimmt aber was? Dann kriegt erstmal so einen Klecks hier noch drauf. Da haben wir das Problem hier mit dem... So, jetzt... Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da. Schreibt mir echt was mal auf. Über ein Like würde ich mich auch super freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Euer Pöller.